Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur drei Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich für euch zu beantworten. Genau die gleiche Zeit habt ihr, um mir ein Abo für den Kanal dazulassen und die Zeit, die läuft ab jetzt oder auch nicht. Sekunde mal, Timer, drei Minuten tatsächlich laufen, acht Sekunden sind schon abgezogen, aber ich gebe Gas. Wenn ich einen Gutschef für ein Restaurant 20 Euro bekommen habe, ich aber nur insgesamt 17 Euro in dem betreffenden Restaurant esse, habe ich denn das Recht darauf, die restlichen drei Euro ausgezahlt zu bekommen? Gute Frage. Das kommt auf die Ausgestaltung des Gutscheins an. Man kann da schon sagen, ob man den Restwert auch noch einlösen können soll oder nicht. In der Regel würde ich sagen, wenn nichts anderes geregelt ist, dann wohl ja. Das ist praktisch, wenn ich die Zeit hier sehe. Podcast auf dem Fahrrad hören, ist das erlaubt? Ja, ist erlaubt. Ihr dürft nur nicht so laut hören, dass ihr gar nichts mehr hört. Auch Musik hören mit Kopfhörern auf dem Fahrrad ist erlaubt. Habe ich mal ein gesondertes Video dazu gemacht, ist ein weitverbreiteter Irrtum bei den Polizisten sogar. Wozu bin ich gesetzlich verpflichtet, mit der Post meines Vormieters umzugehen? Ich habe keine Kontaktdaten. Ich würde die einfach wieder im Briefkasten schicken und unbekannt verzogen draufschreiben, wohnt hier nicht. Dazu wärst du wohl verpflichtet, weil du ja weißt, dass die nicht für dich gebestimmt ist, die Post. Aber ansonsten nichts draufschreiben, wohnt hier nicht mehr und zurück zur Post. Dann muss die Post weiter recherchieren. Wenn ich erst wegen Eis auf dem Weg zur Arbeit ausrutsche und es ist vor 6 Uhr, wessen Schuld ist es? Anwohner haben noch keine Pflicht, Stadt ist nicht zuständig, wer ist schuld? Ja, wenn die Pflicht noch nicht besteht bei den Anwohnern, dann ist auch hier die Uhrzeit weg, aber egal. Dann könntest du gar keine Schuld zu geben. Dann bist du selber schuld, dann musst du das selber wissen. Hier ist es zu glatt und du musst eben entsprechend aufpassen, dass du nicht ausrutscht. Was droht mir, wenn ich keine Drohnenhaftpflichtversicherung besitze und beim Fliegen erwischt werde? Naja, ich glaube, das ist nicht allzu teuer. Da gibt es dann Strafen bis zwar zu ein paar tausend Euro, aber so viel wird es nicht kommen. Aber die Frage muss lauten, nicht wenn du erwischt wirst, sondern wenn die Drohne abstürzt, dann musst du den Schaden selber latzen. Und das können Millionen Schäden sein, je nachdem, wenn dann plötzlich ein Haus anfängt zu brennen oder Menschen verletzt werden. Die Drohne stützt auf einer Autobahn, da kann ja alles Mögliche passieren. Wenn ein Autor ein Werk veröffentlicht und seine Figuren sich strafbar äußern, zum Beispiel Volksverhetzung, würde sich damit der Auto selbst strafbar machen. Es sind ja irgendwie seine Worte, aber irgendwie auch nicht. Nee, irgendwie auch nicht. Es kommt natürlich darauf an, ob er wirklich hetzen will, irgendwas aufhetzen will. Und in dem Moment, wo er keinen Aufwiegeln, Aufstacheln aufhetzen will, dann ist das auch keine Volksverhetzung. Also wenn das nur Teil einer Inszenierung ist, ist das auch keine Volksverhetzung. Da muss er nichts befürchten. Und wenn das natürlich gemeint ist, jemanden aufzufordern, dann kann er das auch durch seine Figuren machen. Darf ich einfach so Grundstücke kaufen und aufforsten? Das heißt, du willst irgendwie Bäume pflanzen auf dem Grundstück? Erstmal würde ich sagen, ja. Andererseits gibt es eine Grün-Satzung der jeweiligen Stadt. Da ist also klar, was überhaupt nur erlaubt ist und wie viel erlaubt ist. Und das solltest du dir vorher anschauen. Und ansonsten kannst du erst mal was pflanzen. Also es gibt diese Grün-Flächen-Satzung, heißt die, glaube ich. Und die müsste man sich angucken. Also der Timer ist abgelaufen. Aber ich bin sehr happy, denn ich habe seit langem mal wieder sieben Fragen beantwortet. Warum habe ich jetzt so einen Vollgas gegeben? Weil ein netter Zuschauer seit Jahren zählt, wie viel ich geschafft habe und wie viel ich nicht geschafft habe. Und ich habe dem Tobi schon gesagt, er soll mir das bitte mal raussuchen. Und in der nächsten Woche zeige ich euch das Posting, was der rausgesucht hat. Sieben Postings geschafft im Jahr, ich glaube, 2017. In 2018 nur noch sechs, in 2019 nur noch fünf. Also es ist massiv runtergegangen, weil ich natürlich die Beantwortung länger gemacht habe. Das sollte sich jetzt wieder ändern. Ja, und das hat auch direkt geklappt. Man muss halt nur ein bisschen Gas geben. Nächste Woche zeige ich euch das Posting des lieben Nutzers, der hier wirklich eine Irrsinnsarbeit gemacht hat und jede meiner Challenges ausgewertet hat. Die habe ich jetzt nicht präsent. Also dranbleiben, Abo dalassen. Nächste Woche seht ihr dann, welcher verrückte Kerl hier immer zuschaut und meine Challenges auswertet in einer Nacht- und Nebelaktion. Jetzt habe ich noch das hier für euch im Angebot. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch noch anschaut. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns ansonsten morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.